Genossen, nachdem der imperialistische Klassenfeind den verlogenen Schleier seiner Überlegenheit fallen ließ und die Größe und Herrlichkeit unserer ewigen Vorsitzenden Melissa Lee durch die Nominierung beim Webvideopreis 2016 anerkannt hat, steht dem längst überfälligen Siegeszug unserer großartigen Idee nichts mehr im Wege. Während sich der videokratische Flickenteppich, der sich YouTube-Deutschland nennt, durch seine Zerrissenheit und infantilen Eskapaden regelmäßig an den Rand der Selbstzerstörung manövriert, breitet sich der Wunsch nach Friede, Einheit und Glitzer in den Herzen der Menschen unaufhaltsam aus. Es ist nur eine Frage der Zeit bis... Ruhe! Stimmt für mich. Und was ist, wenn wir das nicht wollen? Ja, und was ist, wenn wir das nicht wollen? Das sind doch eh nur noch zwei Tage. Erstschlag! Mit Herz! Videokratie braucht Führung! Videokratie braucht Stärke! Videokratie braucht Gewalt! So wie Gewalt Glitzer braucht! Glitzergewalt! Ja! Wählt die glorreiche Melissa Lee in der Kategorie Lifestyle für den Webvideopreis 2016. Wählt die echte Revolution! Wählt die echte Revolution!